hallo wer hier bei kühler mit recht herzlich willkommen auf unserem rosti kanal und zurück zu running in the 80s ich habe schon lange nicht mehr gespielt bin jetzt nach zwei kläglich gescheitert und ich habe mir gedacht kommt es kommt eh nichts raus ich probiere noch mal den dienstag vorab ich höre noch ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne dass hier alles nicht machbar wäre vielen dank freunde ich habe so lange schon nicht mehr gespielt und ich kann euch absolut nicht sagen was ich überhaupt noch machen muss habe ich hier aber noch mal licht ich weiß nicht ob ich nicht habe aber da hätte ich ein kriek kriek wie gesagt ich habe zwei parts aufgenommen und es kam mir eigentlich auch relativ gut an und ich bin dann einfach kläglich gescheitert gescheitert oh shit er ist weg er ist weg up and away wo ist er wo ist der drecksack hin wo ist der drecksack hin wo ist der drecksack hin und ich habe keinen plan wo ist der drecksack hin ich habe keinen plan wo er ist wieso der Ob hier noch einer kommt? Wir haben 2 Uhr. Really? Der Cupcake. Ist so cool gemacht mit dem Cupcake noch. Wahnsinn. Und wo ist der andere? Wo ist der Freddy? Freddy? Jesus! Wo ist der Freddy? Du, hau ab. Dieser Cupcake macht die Pache. Really? Jesus. Was? Wieso ist immer hier ein Cupcake? Nein. Nein. Er ist schon hier. Nein. Jesus. Ich geh wieder drauf. Ich weiss es. Oh, er ist wieder hier. Mach Musik! Kommt einer. Hau ab. Verschwind. 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 Ich muss erst Musik machen. Let the music play. I don't get away. I'm running up the hill. Jeez. Ich muss ihn ja abhalten vom Price Corner. Hallo? Und wer ist in letzter Zeit schon so kurz vor knapp drauf gegangen? Ich weiss es. Oh, let the music play. Aber ich seh den Freddy. Ich weiss, dass er da ist. Der steht da oben, oder? Oder nicht? Kommt er nicht? Kommt er nicht? Ich hab's gewusst. Er kommt, oder? Er kommt. Er muss doch irgendwo kommen. Äh. Five, eight. Freddy? Freddy. Cheese. Bang, bang. Freddy. Was ist? Cut cards. Hau ab! STRUIIIIIIIIIIIIIIIAT Wir haben es! Leute! Wir haben sie nachdem erlebt! Jetzt bin ich fertig continue Wednesday Tuesday Geschichte ha 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 yes magic magic gleich mal die Musik machen mal hören was er sagt wow good job yes well you know actually just forget it today has been rough so tonight might be rougher seems like every robot in the building is moving that balloon kid whatever he is that guy is somehow messing with the cam it could be an issue with the frequency our techs won't have any solution until next week so keep that guy out of your room okay another thing you know that puppet thing the one we've been trying to get in the prize corner well we got it problem is i think she does more than just hand out prizes what on my way out i swear i saw in the arcade just staring what what switch switch channel music step if you keep shifting between songs and you know make sure one song doesn't stay on for too long it should keep it in this area don't change it too fast though the title may be good but sometimes excessive use messes with the signals in the building we think it's why everything is becoming so funky since we didn't test them after all what what is it but i think it really gives your guys in the back room a push so oh yeah did you look in the back room that golden bunny is our new bond weird right red color guess they weren't joking when they said budget got out of hands heh well whatever what 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 Hier kann man die Musik ändern. Ich halte ihn mal lieber hier ein bisschen fern. Aber zumindest mal haben wir den Dienstag überlebt. Da heißt ja, wir hatten Montag. Den Montag haben wir noch überstanden. Genau. Leute, ich krieg überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Ich krieg überhaupt nichts mehr auf die Reihe. What? What? What the fool? What? Leute, ich bin echt schon überfordert. Aber zumindest mal haben wir noch ein paar. Wolltest du? Bleib du bloß weg. Auf dich hab ich gar keine Lust. Du Spon. Ich bin hier total überfordert. Hier sehe ich überhaupt keinen. Hä? What? Schnauze. Wo war's der Cupcake? Der Cupcake kommt gar nicht mehr. Oh, so ein geiler Cupcake. Das wär's jetzt, oder? Sehen wir da einen. Ich mach halt einfach da Musik. Bevor er kommt. Nachher kommt er und dann bin ich wieder da da. Hör ich's da? Ich glaub er kommt da an. Ja Freunde. Ob ich es jetzt noch mal probier? Keine Ahnung. Aber zumindest mal haben wir die eine Nacht noch überlebt. Das war ein weiterer Part von Running in the 80's. Kam ja auch wirklich gut an. Und wir haben es überlebt. Wir bedanken uns bei euch für's Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten wird auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet euch das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, das wir ja alle nicht hoffen, aber man kann's ja ändern. Dann einfach nur auf's Köpfchen drücken. Press den Head Button to subscribe. Ganz einfach.